Mein Vater ist alt und gebrechlich. Er verlässt kaum noch sein Haus. Aber wenn ich ehrlich bin, auch wenn er 20 Jahre jünger wäre, dann hätte ich ihn nicht hier auf die Bühne gebeten. Mein Vater wird jetzt gleich die Bühne betreten. Und ich möchte den Moment davor nutzen, um euch beizubringen, wie man sich den Respekt von meinem Vater sichert. Also, wenn man von meinem Vater respektiert werden möchte, dann hat man eine linke Gesinnung. Aber man vertritt sie niemals dogmatisch, nie verwischt. Mein Vater respektiert Menschen, die immer ihre Freiheit haben. Wenn man sich den Respekt von meinem Vater sichern möchte, dann sollte man Bescheid wissen über die Dinge, die ihn auch interessieren. Also zum Beispiel Theater, aber nicht so allgemein, sondern vor allem Giorgio Strehler, Peter Brook und Dieter Stein. Naturwissenschaften, die Relativitätstheorie, die Chaos-Theorie. I know I'll stand in line until you're free, you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. And after words, we drop into a quiet little place and have a great moment.